Was geht ab, Leute? Euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video, Freunde, natürlich wie immer jeden Tag um allerspätestens 1.30 Uhr das neue Shop-Video. Ich würde direkt mal am Anfang an sagen, Freunde, vielen Dank auf jeden Fall für den ganzen Support der letzten Tage. War auf jeden Fall ein bombastischer Jahresanfang. Sehr viel Liebe auf jeden Fall eurerseits auch unten in den Kommentaren immer. Sehr viele Daumen nach oben, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Echt eine korrekte Angelegenheit. Und ohne Witz, ich hätte niemals gedacht, Freunde, dass uns so schnell jetzt nur noch 3.000 Abos fehlen, bis wir wirklich die 500.000 Abos erreichen. Es ist unfassbar. Mega krasser Support. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich hier an der Stelle auch gerne ein Abo dalassen. War auf jeden Fall eine mega korrekte Sache. Und gebt gerne meinen Creator-Code kostenlos ein. Damit könnt ihr mich kostenlos unterstützen für die ganze Arbeit, die ich hier leiste. Und euch geht da nichts verloren. Auch wenn ihr nichts im Shop kauft, Freunde, tragt einfach meinen Code ein. Einfach als Zeichen des Supporters. Und ihr könnt mir gerne Videos auf Instagram senden. Postet mich einfach in eure Story und ich poste euch in meine Instagram-Story. Und das Ganze aktualisiert sich jetzt hier im Hintergrund. Ich bin gespannt, was wir bekommen werden. So. Was ist denn das jetzt? Hä? Oder was ist das für ein Shop? What the fuck? Ich würde sagen, Freunde, wir schauen uns erst mal die rechte Seite an. Wir haben hier den Pop-Lock-Emote für 800 V-Bucks, Freunde. Ist okay. Ist jetzt nicht mehr so geil wie damals. Da gibt es auf jeden Fall viel geilere. Wir haben Stage-Dive als Gleiter hier am Start für 800 V-Bucks. Feiere ich nicht mehr so. Wir haben die Sturm-Trooperin, die ich persönlich übertrieben geil finde. Ich finde einfach den Look mega nice. Das ist wie von damals aus der Season 1 der Charakter. Nur halt ohne diese Accessoires. Auch so vom Dreck her ist es halt auch gleich aufgebaut. Deswegen feiere ich diesen Skin. Dann haben wir die hier Arctis-Assassinen. Muss jetzt nicht sein. Finde ich jetzt viel zu teuer und hässlich. Dann haben wir den Überzeuger. Finde ich auch hässlich. Gefällt mir nicht so. Und wir haben T-Pose als Emote. Feiere ich. 200 V-Bucks und es ist etwas Cooles. Dann haben wir den Magnus-Charakter nach langer, langer, langer Zeit wieder erhalten. Der hat halt ein mega cooles Rücken-Accessoire. Meiner Meinung nach kann man sich auch auf jeden Fall gönnen. Dann haben wir hier die Ahnenschlag-Axt. Und zwar für 800 V-Bucks geht eigentlich ganz in Ordnung. Ist aber nichts, was ich jetzt dauerhaft benutze. Wir haben den Vertex-Charakter plus die Rasierschnitt, die Spitzhacke und den Vorreiter erhalten. Es ist ein ganz cooles Pack. Aber ich muss ehrlich sagen, das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Außer vielleicht ein bisschen der Gleiter, weil er halt so extravagant ist. Soviel auf jeden Fall zu dem Shop hier. Bin leider Gottes enttäuscht. Aber hey Leute, was will man machen? Ab und an muss natürlich auch mal ein schlechter Shop rein. Denn ihr wisst selber, die Fortnite 14-Tage-Challenges sind weg. Da kommt halt nun mal ein bisschen schlechterer Shop rein. Das ist halt vollkommen normal. Aber Freunde, vergiss nicht, es gibt noch eine Menge Skins in den Game, falls die noch nicht rausgepackt worden sind. Und bedenkt auch, dass morgen oder übermorgen, also am Freitag oder am Samstag oder sogar am Sonntag ein kleines Update rauskommt. Fortnite wird sich aber noch diesbezüglich bei uns melden. Da werde ich euch dann aber nochmal in einem separaten Video auf dem aktuellsten Stand halten. Und ja Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Lasst mir doch gerne... Nein, natürlich nicht Leute. Wir schauen uns noch den Rette-die-Welt-Shop an. Also ihr könnt natürlich auch gerne die Videobeschreibung währenddessen abschicken, während wir hier rüber switchen. Rette-die-Welt ist ja auch sozusagen dieses 14-Tage-Event-Dings fertig. Da gab es ja auch immer kostenlose Geschenke. Also für die, die jetzt sich wundern, warum sie keine Geschenke bekommen, das ist vollkommen normal. Und was ich euch auch empfehlen kann, spielt wirklich die Fortnite-Rette-die-Welt-Frost-Night-Challenges. Da gibt es mega geile Sachen. Es ist schwer, muss man auf jeden Fall zugeben, aber es ist auf jeden Fall machbar. Es gibt auf jeden Fall ein paar Skins und so, feiere ich zu Tode. Und die wöchentliche Challenge würde ich euch sowas von ans Herz legen, denn dort bekommt man so ein Lama-Schwert, was ich persönlich übelst geil finde. Heute, what the fuck, haben wir kostenlos zwei Upgrade-Lamas bekommen. Alter, nice Sache. Ist wahrscheinlich so als Abschluss gewesen. Korrekt, nice, danke Fortnite. Und wir haben im Event-Store einen neuen Shop auf jeden Fall. Das ist Donnerstag. Wir haben, was ist denn das hier, Digga? Wir haben ein neues Gewehr erhalten und zwar den Peinbringer. Sieht cool aus, ist eine Lokomotive, Alter. What the fuck, Digga? Coole Idee auf jeden Fall dahinter. Sieht nice aus. Keine Ahnung, ob die gut ist. Das ist, denke ich, jetzt mal, oder ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass es ein Salvensturmgewehr ist, weil es sieht einfach aus wie die Dreier-Burst. Ja, das ist die Dreier-Burst, Freunde, nur in einer anderen Variante. Steht ja auch sogar hier. Nice Sache auf jeden Fall. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auf der linken Seite gibt es leider nichts Neues. Und auf der rechten Seite kann ich euch auf jeden Fall hier das Wand-Dynamo auch noch empfehlen. Und so viel auf jeden Fall. Dazu schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich wäre hier an der Stelle raus, Leute. Haut rein, geht im Mittelalter. Euer Frips. Ciao. Ja, das ist die Dreier-Burst. Ja, das ist die Dreier-Burst. Let's run a train.